Servus Leute, heute vor dem Spiel von Blau-Weiß Linz gegen die Lustenauer kam es abseits zu einer Auseinandersetzung bei der Szenen, wo Blau-Weiß mit 15 Mann gegen die Austrianer mit 30 Mann und Unterstützung aus Augsburg antrat. Die Polizei wurde rasch her der Lage und der Kampf wurde aufgelöst. Hier noch zwei Videos dazu. Oh, mein Gott! Mama! Mama! Das ist der Fluss. Stäglich schlaft. Puh! Ist das, dass man einmal ein Stein hat? Das ist's. Das ist's. Das ist's Last, glaube ich, das ist das Vorporn. Wer hat da halt der Last gekriegt? Sie haben einen Leid ausgemacht. Also, das gibt nicht alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017